Mein Kind, behalte meine Rede und verwirk meine Gebote bei dir, behalte meine Gebote, so wirst du leben, und mein Gesetz wie deinen Augapfel, binde sie an deine Finger, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens, sprich zur Weisheit, du bist meine Schwester, und nenne die Klugheit deine Freundin, dass du behütet werdest vor dem fremden Weibe, vor einer anderen, die glatte Worte gibt. Denn am Fenster meines Hauses guckte ich durchs Gitter und sah unter den Unverständigen und ward gewahr unter den Kindern eines törichten Jünglings, der ging auf der Gasse an einer Ecke und trat daher auf dem Wege bei ihrem Hause, in der Dämmerung, am Abend des Tages, da es nachtwart und dunkel war, und siehe, da begegnete ihm ein Weib im Hurenschmuck, listig, wild und unbändig, dass ihr Füße in ihrem Hause nicht bleiben können, jetzt ist sie draußen, jetzt auf der Gasse, und lauert an allen Ecken. Und erwischte ihn und küsste ihn unverschämt und sprach zu ihm, ich habe Dankopfer für mich heute bezahlt für. Meine Gelübde, darum bin herausgegangen, dir zu begegnen, dein Angesicht zu suchen, und habe dich gefunden, Ich habe mein Bett schön geschmückt mit bunten Teppichen aus Ägypten, ich habe mein Lager mit Mürre, Aloe und Zimt besprengt, komm, lass und buhlen bis an den Morgen und lass und der Liebe pflegen, denn der Mann ist nicht daheim, er ist einen fernen Weg gezogen, er hat den Geldsack mit sich genommen. Er wird erst aufs Fest wieder heimkommen, sie überredete ihn mit vielen Worten und gewann ihn mit. Ihrem glatten Munde, er folgt ihr alsbald nach, wie ein Ochse zur Fleischbank geführt wird, und wie zur Fessel, womit man die Narren züchtigt, bis sie ihm mit dem Pfeil die Leber spaltet, wie ein Vogel zum Strick eilt und weiß nicht, dass es ihm sein Leben gilt, so gehorchet mir nun, meine Kinder, und merket auf die Rede meines Mundes, lass dein Herz nicht weichen auf ihren Weg und lass dich nicht verführen auf ihrer Bahn. Denn sie hat viele verwundet und gefällt, und sind allerlei Mächtige von ihr. Er wirkt, ihr Haus sind Wege zum Grab, da man hinunterfährt in des Todes Kammern. Richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet, denn mit welcherlei Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welcherlei Maß ihr messet, wird euch gemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge, und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge, oder wie darfst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehe, ein Balken ist in deinem Auge, du Heuchler, zieh am ersten den Balken aus deinem Auge, danach siehe zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst, ihr sollt das Heiligtum nicht den Hunden geben, und eure Perlen nicht vor die Säue werfen, auf das sie dieselben nicht zertreten mit ihren Füßen und sich wenden und euch zerreißen, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan, denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan, welcher ist unter euch Menschen, so ihn sein Sohn bittet uns Brot, der ihm einen Stein biete, oder, so er ihn bittet um einen Fisch, der ihm eine Schlange biete, so denn ihr, die ihr doch arg seid, könnt dennoch euren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten, alles nun, was ihr wollt, das euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten, geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit, und der Weg ist breit, der zur Verdammnis abführt, und ihrer sind viele, die darauf wandeln, und die Pforte ist eng, und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind ihrer, die ihn finden, seht euch vor vor den falschen Propheten, die in Schafsklödern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man auch Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln, also ein jeglicher guter Baum bringt gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt arge Früchte, ein guter Baum kann nicht arge Früchte bringen, und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen, ein jeglicher Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen, darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.